Simon! Jeder hat mal Probleme, Herr Peter. Jetzt halt doch mal die Fresse, du Psycho-Cloud! Probleme? Was denn für Probleme? Mein Leben ist doch der Hit! Kann ich Ihnen helfen? Äh, ja. Ich hab keine Freundin in Arsch voller Schuld und ich hasse meinen Job. Am schlimmsten sind natürlich die Kunden. Hey, Kollege, hab ich falschen Knopf gedrückt. Da war Klingel zum Weg. Wo hab ich runtergeladen letzte Woche? Und? Klingelst du wieder? Hey, lad dir meinen Hauptschulabschluss runter. Geldprobleme sind zum Glück unbekannt. Ich hab sowas noch nie gemacht. Kannst du mir Geld leihen? Mit meinen Freunden Flick. Wie bekommt man eigentlich einen Metflag auf die Kappe? Und Steve. Sorry, Alter. Die geht nicht mehr. Erfreue ich mich ans Spiel. Sport. Los, 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 los! Komm schon, bewegt deinen kleinen Kurven, Arsch! Und geselligen Beisammensein. Lass die Katja und die Petra hier ins Tuell essen. Alkohol? Nein, danke. Denn darauf stehen die Frauen nicht. Wie viel Bonusmalen bekommt man eigentlich, wenn man eine Stewardess vögelt? Überhaupt. Die Frauen. Sie verehren mich. Wir kommen doch noch zu mir. Ich wohne direkt um die Ecke. Sie lieben mich. Schau dich doch mal an, du Wurst. Sie nennen mich. Vollidiot. Entschuldigung. Haben Sie Probleme? Keine, die so groß sind, dass ich Ihre Zeitschriften nehme. Entschuldigung. Haben Sie dieses Internet? Mist. Das letzte Internet ist gerade raus. Circa Mitte April im Kino. Aber ich hab nichts dafür. Vollidiot! 3 7 6